Nur um es für die Zukunft mal ganz kurz festzuhalten. Wir haben in der EU die Politiker am Start, die nachweislich die meisten Gesetzesbrüche während einer einzigen Amtszeit begangen haben. Und es wurde noch kein einziger verhaftet. Ah ja, gleich zum Anfang. Wer dieses Video auf TikTok anschaut, bitte abonniert mich besser auf YouTube unter schnippers.ak.tom. Die löschen nämlich nicht gleich jedes Video und jeden Account. Wir wissen, dass die Verantwortlichen in der Corona-Zeit mit vollster Absicht und vor allem vollstem Wissen willentlich gegen das eigene steuerzahlende Volk gearbeitet hat. Und nicht nur wegen den RKI-Files, aber alleine die von Paul Schreier freigelagten, also gerichtlich anerkannten RKI-Files beinhalten genug Beweise, um diese Politiker anzuklagen. Meine Frage also, dürfen jetzt jede Gesetzesbrüche begehen oder haben nur Politiker eine Ausnahmegenehmigung für Gesetzesbrüche wie Paragraf 253 Erpressung, Paragraf 240 Nötigung, Paragraf 302 Amtsmissbrauch, Paragraf 252 Gesetzesbruch, Paragraf 239 Freiheitsberaubung, Paragraf 82 Hochverrat oder einer der schlimmsten Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Paragraf 321 A. Das verjährt übrigens nie. Googelt euch mit diesen Paragrafen und lest euch die Definition genau durch. Ja, diese Straftaten sind begangen worden. In Deutschland, Österreich und andere Länder. Und auch noch mehr. Wohlgemerkt, die wussten es nachweislich besser. Wie alleine schon, in den von Paul Schreier gerichtlich freigelagten und somit auch gerichtlich anerkannten RKI-Files zu lesen war. Und sie mochten trotzdem weiter auf Pandemie. Hier übrigens mein Beitrag dazu, müsste eigentlich schon für eine Anklage reichen, darf auch gern verwendet werden. Jeder, der sinnvollstehend lesen kann, kann das spielend leicht überprüfen. Die RKI-Files flinkt die übrigens unten in der Infobox auf YouTube. Beide Versionen. Die freigeklagte und die geleakte, ungeschwärzte Version. Also nochmal. Gelten Gesetze nun für alle oder nicht? Es wurde die Wirtschaft wegen einer mittelschwerigen Grippe, was man auch von Anfang gewusst hat, absichtlich zerstört. Und ich rede jetzt noch nicht mal von den wirtschaftszerstörenden, sinnlosen Sanktionen gegen Russland. Wer es genau wissen will, kann bei den eingeblendeten RKI-Files mit Datum oder meinen eingeblendeten Berichten auf Pause schalten und durchlesen bzw. auf YouTube nachschauen. Das meiste ist ja eh unten verlinkt. Die eingeblendeten Videos von mir, was ich auch unten verlinkt an, haben die Quellenangabe in der YouTube-Infobox. Sonst sprengt das Ganze den Raum in dieses Videos. Das Volk wurde wissentlich belogen, unnötig aufgehetzt und gespalten. Der Gesundheitszustand von Abertausenden Menschen auf erpresserischer Weise nachhaltig geschädigt. Die Hilfe nach einem Impfschaden ist mittlerweile zwar nicht mehr ganz so unmöglich, aber immer noch zumindest wie ein Fünfer im Lotto. 73% aller Kinder leiden psychisch immer noch dran. Und die Suizidgedanken, nur alleine bei Kindern, die sind um 400% gestiegen. Und Familien sind auseinandergerissen worden, genau wie Freundschaftskreise. Aber lassen wir für die Politik uninteressante menschliche Seiten einmal aus dem Spiel. Das war einer ja von Anfang an wurscht. Schauen wir einfach mal auf den Umgang mit unserem Steuergeld. So etwas muss ja klagbar sein. Tausende von Firmenpleiten stehen noch bevor. Die ganze Corona-Pandemie hat Österreich laut Upper Austria mindestens 175 Milliarden Euro Steuergeld gekostet. Das ist fast das doppelte Jahresbudget der Republik Österreich. Für nichts nachweislich. Deutschland ist mit 440 vergleichsweise ja nur quasi billig davon gekommen. Österreich hat 40% der Kosten von Deutschland. Deutschland ist allerdings fast 10 mal so groß wie Österreich. Nicht vergessen. Ich bin ja schon gespannt, was mir der Staatsstutz sagen wird, wenn ich da mir angerufen werde. Und als brav steuerzahrender, unbescholtener, aber besorgter Bürger mal in Nachfrage, wie weit sie mit den Verhaftungen unserer nachweislich korrupten Politiker sind. In Österreich sind ja Nehammer, Schallenberg, Kogler, Edstadler, Johannes Rauch und ganze Konsorte immer noch im Amt und nicht im Gefängnis. Genauso wie in Deutschland. Da gibt es ja auch genug. Von Jens Spahn, Jelothar Wieler, Mander Lauterbach im Generellen, von Olaf Scholz bis Schlag mich tot. Die haben es gewusst und trotzdem einfach weitergelogen. Und das Gegenteil von dem gemacht, was das Robert-Koch-Institut empfohlen hat. Hm. Ja, man darf echt gespannt sein. Abonnieren nicht vergessen und die Glocke aktivieren. Wenn ich wirklich einen Anruf oder über den Anruf beim Staatsschutz vielleicht ein Video machen kann, könnte das vielleicht schon interessant werden. Mu ha ha. Tschüss.